Hallo, liebe Angelfreunde! Heute möchte ich euch die Top 10 Produkte für Angeln und Camping von AliExpress vorstellen. Diese Produkte sind nicht nur praktisch und nützlich, sondern auch sehr günstig. Schaut euch mal an, was ich für euch ausgesucht habe. Der kabellose Echolot Lucky FF 1108-1CWLA ist ein Gerät, das euch die Wassertiefe, die Position der Fische und andere Objekte unter Wasser anzeigt. Es funktioniert nach dem Prinzip der Reflexion von Schallwellen vom Boden und den Fischen. Der Echolot hat einen farbigen LCD-Bildschirm, den ihr mit eurem Smartphone oder Tablet über WLAN verbinden könnt. Ihr könnt den Echolot sowohl auf dem Boot als auch am Ufer verwenden. Hier könnt ihr ihn bestellen. Die Ein-Personen-Hängematte mit Moskitonetz ist eine bequeme und leichte Möglichkeit, sich in der Natur zu entspannen. Die Hängematte ist aus robustem und atmungsaktivem Nylon gefertigt, das nicht reißt und nicht verblasst. Die Hängematte hat ein Moskitonetz, das euch vor Insekten schützt und euch den Blick genießen lässt. Die Hängematte lässt sich leicht zwischen zwei Bäumen oder anderen Stützen mit Karabinern und Gurten befestigen. Hier könnt ihr sie kaufen. Die multifunktionalen Angelzangen sind ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Angler. Sie können zum Schneiden von Angelschnüren, zum Öffnen von Sprengringen, zum Entfernen von Haken, zum Biegen von Drähten und vielem mehr verwendet werden. Die Zangen sind aus rostfreiem Stahl und Aluminium gefertigt und haben einen ergonomischen Griff. Sie haben auch eine Feder, die sie offen hält, und eine Schnur, die sie an eurem Gürtel oder Rucksack befestigt. Hier könnt ihr sie erwerben. Der Spomp Raketenfutterkorb ist eine innovative Lösung, um euer Futter präzise und effektiv an den gewünschten Ort zu bringen. Der Futterkorb hat die Form einer Rakete, die sich beim Aufprall auf das Wasser öffnet und das Futter freigibt. Der Futterkorb ist aus robustem Kunststoff gefertigt und hat eine aerodynamische Form, die ihn weit und stabil fliegen lässt. Er ist ideal für das Angeln auf große Distanzen und in tiefem Wasser. Hier könnt ihr ihn finden. Die aufblasbare Campingmatratze mit Kissen ist eine komfortable und platzsparende Lösung für eure Übernachtungen im Freien. Die Matratze ist aus strapazierfähigem und wasserdichtem Nylon gefertigt und hat eine wabenförmige Struktur, die euren Körper stützt und isoliert. Die Matratze hat auch ein integriertes Kissen, das euren Nacken und Kopf entlastet. Die Matratze lässt sich leicht mit einem Ventil aufblasen und entleeren und kann in einer kleinen Tasche verstaut werden. Hier könnt ihr sie bekommen. Die beliebte Stirnlampe für Angler ist eine praktische und vielseitige Lichtquelle für eure nächtlichen Abenteuer. Die Stirnlampe hat eine helle LED, die drei verschiedene Modi hat, stark, schwach und blinkend. Die Stirnlampe ist wasserdicht und stoßfest und hat einen verstellbaren Kopfband, das euren Kopf bequem umschließt. Die Stirnlampe wird mit drei AA-Batterien betrieben, die lange halten. Hier könnt ihr sie bestellen. Der Metallpilker mit zusätzlichem Blatt ist ein effektiver Köder für das Angeln auf Raubfische. Der Pilker hat ein glänzendes Metallgehäuse, das die Aufmerksamkeit der Fische erregt. Er hat auch ein kleines Blatt, das zusätzliche Vibrationen und Geräusche erzeugt. Der Pilker ist mit einem scharfen Haken ausgestattet, der die Fische sicher hält. Der Pilker ist in verschiedenen Gewichten und Farben erhältlich. Hier könnt ihr ihn kaufen. Der hochsensible Bissanzeiger ist ein nützliches Gerät, das euch keine Bisse mehr verpassen lässt. Der Bissanzeiger wird an eurer Angelrute befestigt und gibt ein akustisches und optisches Signal, wenn ein Fisch anbeißt. Der Bissanzeiger ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und hat einen Ein- und Ausschalter. Er ist wasserdicht und batteriebetrieben. Er ist einfach zu installieren und zu entfernen. Hier könnt ihr ihn erwerben. Der faltbare Campingtisch ist ein praktischer und stabiler Tisch für eure Mahlzeiten und Aktivitäten im Freien. Der Tisch ist aus Aluminium und Oxford-Stoff gefertigt und hat eine glatte und wasserdichte Oberfläche. Der Tisch lässt sich leicht zusammenklappen und in einer Tragetasche verstauen. Er hat auch vier Becherhalter, die eure Getränke sicher halten. Der Tisch ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Hier könnt ihr ihn finden. Die vierteilige Karben-Spinnrute ist eine leichte und leistungsstarke Route für das Spinnfischen. Die Route ist aus hochwertigem Karben gefertigt und hat eine schnelle Aktion und eine hohe Empfindlichkeit. Die Route hat auch einen ergonomischen Griff aus Kork und einen robusten Rollenhalter aus Metall. Die Route lässt sich in vier Teile zerlegen und in einer Schutzhülle transportieren. Sie ist in verschiedenen Längen und Wurfgewichten erhältlich. Hier könnt ihr sie bestellen. Das waren die Top 10 Produkte für Angeln und Camping von AliExpress. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr habt etwas Interessantes für euch gefunden. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch.